Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Skoll of the First Sin Weiter geht's, Soundcheck So Wenn das so weiter geht mit diesem verdammten Boss Das erinnert mich irgendwie an mein An mein Problem mit dem Finsterschleicher Da war es ungefähr auch genauso Nur da hatte ich mir so Zeit das zu machen Aber nein, hier habe ich recht Zeit Ich muss es jetzt Nach dem was ich hier mache Kommt nämlich sofort das Ende Das ist der Endboss Und ich will den vor den Endboss machen Der Endboss kommt bei mir zum Schluss Definitiv Ich hoffe ich gehe in die richtige Richtung Äh Gerade so Und jetzt immer geradeaus oder was Das ist der Endboss Ich möchte jetzt Ich hasse diese Pferde. Hä, meine ganzen alten Schimmelnebenstände werden jetzt aufgebraucht, oder was? Das ist nicht so toll. So. 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 Wo kommt das her? Ich hatte schon ein Gefühl, dass eins kommt. Ich wusste aber nicht ungefähr, von wo. Das dauert einfach zu lange, einen zu bekämpfen. Und weglaufen kann ich auch nicht, weil sie mir alle folgen. Das ist richtig beschissen. Vor allen Dingen kommt man immer an, wenn gerade Schneesturm ist. Ich brauche ein bisschen mehr Leben. Oh Gott. Ich brauche nie. Ich brauche es nicht. 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 Wir haben eine Kooperation mit dem Tiranspann, und ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Ja, das stimmt. So. Blödes Pferd. Da muss ich lang. Blödes Pferd. So, das Pferd ist tot Dieses blöde Pferd Ich hasse diese Pferde Ja, ich wiederhole es immer wieder, ne? Hallo Pferd Ich bin irgendwie in die falsche Richtung gelaufen Ja, Pferd Nummer 2, komm Los, komm her, Pferd Jetzt hab ich mich verirrt Da Backstep Nice Wuhu Kein Pferd ist erschienen, yay Das ist gut Ich mag die Pferde nicht Je weniger Pferde auftauchen, desto besser Hallo Hallo Ailen 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 Aile Wie ich sie hasse Oh So Weiter geht's Na Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte da hin Hier verirrt man sich immer so leicht Okay Pferd ist weg. So. Ich habe es genau im falschen Moment gemacht. Ich glaube, das wird auch nur wieder ein, nur noch ein Versuch. Ja. Ich hasse sie immer mehr. Diese verdammten Pferde. Ich hatte sie. Die müssen immer kommen. Immer. Ich komme kein Stück voran. Weil eigentlich, ich muss diese Sache hier schaffen. Hier ist ja auch kein Leuchtfeuer, ne? Gar keins. Ja, ich komme näher. Eigentlich ziemlich gut, wenn man durchrennt. Außer man darf die Auszonen ganz ausschöpfen. Oh. 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 Diesmal kam kein Pferd. Gut. Sehr gut sogar. Nein. Oder. Explicit. Ja. Blödes Pferd. So. Ich hab dich gehört. Habi, hast du mich jetzt zweimal getroffen? Backstab. Gegenstand brauch ich nicht. Los. Ja. Kein Sturm mehr. Kein Pferd mehr. So. Hilfe. Jetzt wird's lustig. Höch. 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 Nein, er macht es genau dann. Warum macht er manchmal schneller trinken, manchmal nicht? Das ist mir aufgefallen. Manchmal macht er es manchmal schneller und manchmal nicht. Einen Versuch könnte ich jetzt noch starten. Eins. 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 Ich hoffe, ich habe jetzt so mich richtig hingesteuert. Nicht ganz. Gut, dass es gerade kein Pferd kam. Ja. 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 Oh, gerade kommt kein Pferd. Irgendwie ist das gut. Aber das berühmt mich ein bisschen. Warum kommen keine mehr? Ach ja, du kommst. Dихgen. 떡 GMMZ2. Fischeheiratation. Quatsch. Fischeheiratation. 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 crab Region Erwartung. Fischeheiratation. 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 Cange Será wahr? Nein Ja genau Genau in dem Moment kommt eins von hinten Von hinten Das ist schwer Dahinkommen ist schwerer gesagt als getan Ich mag diesen Boss nicht Aber ich muss ihn ja machen Naja ist zwar optional Aber ich hätte mir vorgenommen Alle Beste zu machen Und zwar zweimal Außer die die Tremmer gemacht haben Bis ich schon zweimal gemacht habe Weil ich einmal wieder geholt habe Und im Moment habe ich irgendwelche Seelen Denn ich will gerade was gucken Wie viel kostet es Mein Schild aufzurüsten 3500 Denn das würde auch ein bisschen Den Poise ein bisschen erhöhen Und das würde Ganz nützlich sein Oh ja Es geht Deswegen gehe ich mal zu Gavlan Gavlan Ich brauche dich Ich bin wirklich genervt Von diesem Boss Der regt mich auf Hier habe ich glaube ich nichts doppelt Nicht dass ich wüsste Doch Leuchtschild Zumindest das Verkugel Da habe ich doppelt gehabt Ist das vielleicht hier auch der Fall Etwas Dass ich hier doppelt habe Nö Na Und die habe ich schon wieder Die bringt nichts Ich brauche noch ein bisschen was Ich werde sowieso nicht umskillen Ich dachte gerade Das sah gar aus Als ich dachte Dass da jemand steht Aber nein Oh Schild ist Fertig So Und ich würde sagen Ich mache jetzt hier einen Cut Und Bis zum nächsten Part Scheiße Vielen Dank.